Herzlich Willkommen in der Metze Power League One. Jetzt sind wir wieder in dem Land, wo die Hunde frei herumlaufen können, ohne gegessen zu werden. Rapid mit Ending gespielt gegen den W.A.C. Blatter. Ich hab ja gesagt, da... Ich hab mich selbst auch nicht... Also ich bin der Ending, falls mich Leute noch nicht kennen. Hättet ihr die Glocke gesetzt, würde ich nicht schon kennen. Aber gut. Glocke setzen, ganz wichtig. Dann seht ihr hier jetzt Rapid gegen W.A.C. Und beim nächsten Mal, da seht ihr dann, wenn ihr die Glocke gesetzt habt. Ja, Rapid. Am sechsten Platz derzeit mit vier Spielen. Einem Sieg, eine Niederlage. Da wird sie eine Niederlage derzeit. Das ist das zweite Spiel für sie. Stehen derzeit am zehnten Platz. Ja, da stehen sie... Uh, zwei Legenden gegenüber. Und es ist nicht Jobis Perry gemeint. Sondern er hier. Das war jetzt voll Husina-Style. Stimmt. Das ist hergegangen. Neun Minuten gespielt. Stimischeinern hat Metz zum zweiten Mal. Ich finde es schade, dass sie das nicht geschafft haben, dass die Spielernamen aufscheinen. Die man eingibt. Das finde ich auch schade. Oh. Alter. Oh Mann. Oh Mann. Manayama. Manayama. Smart Dress. Manayama. Koffer. Rapid. Stark verstärkt im Sommer. Die wollen nicht mehr da unten mitspielen. Die wollen jetzt weiter oben mitspielen. Oh, it's not quest. It's not quest. Schön stehen lassen. Erste Tor für der Rapid. Boah, schön. Noch mal zurückzogen. Sehr schön. 20 Minuten. Oh. Alter, geh hin. Blindler. Oh. Alter, geh hin. 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 weiter das gibt es nicht ja sie stehen gut da hinten im rapide sauberstunde setzen sich da wirklich gut fest von kombinieren sehr gut neben schon weiter als neuer überraschung spiel für mich findet das tor was ist mit rapide los auf einmal was mit wac los oder oder so ja gekau mal da denke ich mal Nein, was ist das? Was geht hier ab? Was geht hier ab, oder? Was geht hier ab? Was geht hier ab, oder? Ja, sehr überraschender Spielstand hier. Ja, WRC, alte Krise, kennen Sie schon. Letztes Jahr, so ja auch die ersten drei, vier Ligaspieler verloren, bevor sie in Fahrt gekommen sind. Ich glaube, hier lasst man das auch mal so bei Rapid. Ja, der WRC in einer kleinen Torkrise auch. Jetzt schon das zweite Match wurde noch kein Tor geschossen. Ja. 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 Wir sind geholfen in den letzten Minuten. Ja. 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 Ja, da wird sie in einer kleinen Krise. Für mich die Überraschungsmannschaft der Rückwunder letztes Jahr mit Sankt Pölten. Ja. 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 Undecu. Blech! Bum! Schroeder undン! GOLEN! VENER Sen! Ein Teil! Die. 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 Machst du Spaß heute? Da kann der Martin hintergehen. Er passt zu viel. Da kann der Martin hintergehen. Da kann der Martin hintergehen. Oder renn vielleicht. Ja tschüss Baba. Keine Ess. Da ist die Mäuer Sessen. Da hat schon mal geht das hin. Wow. So. Fürs Notquass war es das. Thomas Muck wird noch kommen zum Abschluss. So. 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 Das liege Schiri, oh einer. Ja, geht kaum, Mann. Ja, geht kaum, Mann. Uuuuuh. Blaisekowski schiebt sich da noch vor. Schrazt, dritter Assist. Mhm. Award. Der Referee hat gesagt, dass es ein Minimum von 2 Minuten von Adetano gibt. Puh, 6 zu 0, Fabicci ist hier auf Platz 2. Na gut Leute, ich verabschiede mich jetzt gleich einmal, macht das gut. Vollständlich natürlich. Das Gewissen, wir waren wirklich in der Ziele. Ah, keine Dure. Na gut, bis dann. Ciao und Baba. Ciao. 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 Ciao.